Also der Helmut und Nitz, wir trinken jetzt noch einen schönen Ching hier. Bombay. So randdrehen. Bombay. Jawoll. Bombay Ching muss sein. Genau. Den trinken wir jetzt dann gleich. Ich weiß gar nicht, ob das an ist. Läuft das da? 24 Sekunden. Ja. Findest du das gut, dass wir noch einen Gin trinken? Nein, ich finde das gut, weil es absolut toll bei dir war. Freut mich. Hat uns gefallen und wir kommen nicht mehr wieder. Und zum 60. seid ihr auch da? Wenn ich das erlebe, das weiß man ja nicht. Also wenn wir alle den 60. erleben, sind alle da. Trinkst du auch noch einen Gin? Ja. Maipenlai. Er hat jetzt alles hier. Er hat alles falsch gemacht. Er hat den Gin... Jetzt muss ich ihn mit dem Bein nehmen. Maipenlai. Maipenlai. Überschüttet. Alles überschüttet. Wir müssen alles sauber machen. Ja. Wir kommen zum 60. Warum süß? Wir trinken doch jetzt nicht. Elona sagt schon wieder Tschüss. Das passt doch alles schon. Ja, das hab ich auch da nicht gesehen. Prost. Hast du ja überhaupt so einen Kipp drin? Na klar. Er hat so einen alten Kipp. Ja, ich freue mich. Gut? Gut. Helmut, bist du gut, der Bombe? Sehr gut. Dann passt alles, ne? Schau dir mal die alten Säcke an. Ja, genau. Eine wird bald 60 und der andere wird bald 70. Du bist ja so 70. Wir sehen echt aus wie 40 und 50. Genau. Wir haben uns gut gehalten. Dank der guten Pflege unserer Frauen. Ja, genau. Jetzt fehlt nur noch deine Frau, ne? Ja, die ist ja weg schon. Ja, genau. Vielen Dank.